guten morgen 36 wir sind wieder auf der road komischerweise so früh normalerweise würde ich das nicht machen wenn ich bei den Couchsurfing-Hosts bin aber dieses normales Road, also A ist es natürlich jetzt kühl und es lohnt sich jetzt zu fahren keine frage aber B ich war ja bei TAN und TAN war der 25 jährige Sohn, lebte bei seinen Eltern noch beziehungsweise die leben alle da in einem Haus und das bedeutet auch der Vater in der ersten Nacht war alles okay ich habe halt in dem großen Wohnzimmer geschlafen da hat der Vater auch gepennte Personen und jetzt heute in dieser Nacht hat der Vater konstant Männerpornos sich reingezogen also Schwungpornos ich habe keine Ahnung wieso weil er hat ja letztendlich eine Frau dabei hat er mich angeguckt hat zwischenzeitlich kurz den Schlafsack gerührt weil der meine Füße im Schlafsack in seine Richtung gezeigt hat und hat mir dann das Handy mit so einem Video hingehalten naja es lässt sich absehen dass ich mich in der Nacht nicht wirklich sicher gefühlt habe bedeutet ich habe auch das Pfefferspray genommen und es in meinen Schlafsack gelegt ja und deswegen bin ich jetzt auch schon so früh raus ich habe keinen Bock da noch länger zu bleiben und diesen TAN-Jub sehe nicht wenn ich immer wieder sage das kann ich ihm auch über Whatsapp sagen ja war nicht so toll also die erste Nacht und der erste Tag war alles voll okay keine Probleme ich selbst war ein bisschen down deswegen hatte ich das nicht so genossen aber es gibt ja schon mal ja aber jetzt der zweite das zweite Tag, die zweite Nacht das war ziemlich ziemlich scheiße ziemlich schade eigentlich weil die Leute echt nett waren die Mutter war sehr nett die beiden Kinder sind sehr nett naja so sieht das aus wir fahren jetzt Richtung Westen nach Bung Tau erreichen tun wir das heute wahrscheinlich nicht weil das sind bis 160 Kilometer bis dahin ich werde so lange fahren wie es geht und dann suchen wir uns irgendwo ein Hotel oder ein Wild Camping und da möchte ich rein theoretisch wenn alles so hinhaut würde ich gerne morgen in Bung Tau Nacht bleiben also dann nicht viele Kilometer fahren einfach in Bung Tau rein bisschen chillen vielleicht sogar eine zweite Nacht bleiben mal ein bisschen da rum gehen rum gucken ja so das wäre die Idee zumindest und dafür fahre ich jetzt erstmal ein paar Kilometer runter bis später seit ein paar Tagen verspüre ich etwas was ich seit dem Beginn der Reise nicht mehr hatte Reisemöglichkeiten zumindest glaube ich dass es das ist wenn es dieses Gefühl überhaupt gibt wissen tue ich aber dass ich mich sehr einsam und motivationslos fühle und das hat wahrscheinlich mehrere Gründe der drastische Kulturwechsel die Entfernung von zu Hause und die Tatsache keine wirklichen Gespräche führen zu können da niemand wirklich gutes und verständliches Englisch spricht zudem haben die dauerhafte Reizüberflutung völlig neue Länder und der tägliche Langzeitsport auf dem Fahrrad wohl auch ihren Preis ich hoffe auf ein Licht auf ein neues Hoch aber bis zum Zeitpunkt wo ich dieses Video jetzt schneide ist dies noch nicht passiert so 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 hier geht es die Spasselange ich glaube ich kann ich kann mit äh Sonnenkrim eingeschmiert jetzt höre ich da mein Fragezeichen Fahrer ist einfach lang hier lang 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 so wir sind links zum Küster wir haben eine gute Stimme runter bereits 30 Kilometer wir müssen aber auch noch schnell die ganze Zeit das ist gut und jetzt wir gehen dann weiter und das sind coole Berge da wir machen in der wir machen so dasствие sind dunkle das brauche ich auch sonst brauche ich nicht weiter hab ich noch mehr Geflüchtet oder ich wahrscheinlich treibe ich Ich habe 61 Kilometer in knappen drei Stunden, also wir sind gut schnell unterwegs. Es verbleiben noch 66, das heißt wir sind auf der Hälfte. Es kommt jetzt ein kleiner Berg, der geht von 10 auf 100 Meter. Soweit ich das gesehen habe, ja. Dann geht es nur noch flach. Irgendwann fahren wir gleich noch mal nah ans Meer rein, da freue ich mich drauf. Dann sind wir vielleicht auch schon am Camping Road angekommen. Ich werde mir auf dem Weg wahrscheinlich noch Wasser kaufen müssen für heute Abend. Oder ich finde irgendwas anderes, ich weiß nicht wo wir gleich enden. Das ist die Idee, das verstande Dinge. Jetzt geht es weiter, ich will keine Zeit verlieren. Hier ist ein Anstieg. Und vielleicht ist das da hinten Regenwetter. Das weiß ich nicht. Das ist anstrengend. Aber geht. Und da wurde ich gerade begrüßt. So, das war heiß und steil, aber jetzt geht es wieder runter. Aua. Scheiße, ich hoffe da fallen keine Sachen raus, wenn ich das so halb offen habe. Oh, da hinten sind so Dünen, Alter. Das ist cool. Vielleicht habe ich die auch heute Abend. Eventuell, wenn ich es schaffe, jetzt erstmal weiterzufahren, kann ich es schon heute bis Wurgentaus schaffen. Das sind noch 60 Millimeter, ich habe schon 85. Wir haben 11 Uhr. Das heißt, in guten drei Stunden bin ich genau dann da, wann ich sonst auch noch an solchen Zielen ankomme. Wenn um 5 Uhr die Sonne untergeht, dann habe ich da noch Zeit. Äh. Das wäre doch eigentlich eine Idee. Äh. Ich weiß nicht, ob das Glück ist, dass ich da immer noch nicht zu gestern bin. Vielleicht werde ich auch wieder nur von Energydrinks leben. Weil ich habe auch keinen Hunger, richtig. Nur vielleicht auch so kleine Snacks und dann würde ich mir da irgendwas zwirbeln. Äh. Ja, das könnte klappen. Ich weiß es aber nicht. Äh. Mal gucken. So, ich habe mich jetzt offiziell dazu entschieden, äh, noch weiterzufahren. Und wenn ich es heute nicht bis dahin schaffe, dann nehme ich irgendwas auf den Weg. Aber ich denke, knappe 60 Kilometer sollte ich hinkriegen noch. In drei oder vier Stunden. Und dann habe ich immer noch zwei Stunden Zeit, bis es dunkel wird. Und dunkel ist ja so letztendlich auch nicht das Problem. Weil die Hotels im Hotel dann immer noch offen sind. Äh. Eigentlich hätte ich mich auch die Route, hätte ich da langfahren sollen. Also nah am Wasser. Ist bestimmt ganz schön. A ist der Weg aber kürzer. Und B kann ich mir vorstellen, dass da es hier schon windet. Es an der Küste noch krasser windet. Vielleicht noch nicht immer von hinten. Das wäre nicht so gut. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Ich habe eh noch genug Küste. Also, alles easy. Wenn man sich mal die Richtung anschaut, wenn die die Blätter wehen. So lobe ich mir das doch. Guten Rückenwind. Oh. Fühlt sich mal gut an. Hatte ich glaube ich noch nie so viel. Oh. Als würde ich wahrscheinlich auch die Kilometer nicht schaffen bis dahin. Ich hoffe, der dreht nicht. Man versteht mich auch gut. Das heißt, der Wind kommt nicht von vorne. Das ist auch so ein Indiz. Ist geil. Musik drauf. Und fahren. Macht wieder ansatzweise Spaß. Jetzt muss ich nur noch in Wung Thau ein paar Leute treffen. Ich werde da wahrscheinlich auch ein paar Tage bleiben. Im Hotel. Ich habe mit Carsten schon geschrieben. Er hat mir ein paar Hotels empfohlen. Und mal da ein bisschen ankommen, ein bisschen runterkommen. Das wäre so der Plan. Jetzt geht's weiter. Abfahrt. Rückenwind. Rückenwind. Das sind Weißfelder. Und dahinter ist Regen. Kommt aber hoffentlich nicht zu uns. Wir müssen nämlich nach da. Und einmal beten kurz. Die Sonnencreme schwitze ich wieder raus. Und das tut tatsächlich richtig weh auf der Haut. Die Sonne. Ist krass. Hallo. Gerade hat. Aus Rung Thau. Eine Couch. Das haben wir gesagt. Ähm. Sie selbst ist wohl noch ein Business Trip. Die Tochter meldet sich irgendwann bei mir. Ich hoffe das passiert recht zeitnah. Aber es ist ja noch einigermaßen früh. Bevor es dunkel wird hätte ich schon gerne einen Platz. Aber ich habe auch das Hotel jetzt safe. Also natürlich noch kein Zimmer. Aber ich weiß es ungefähr wo es ist. Aber ich weiß es ungefähr wo es ist. Ähm. Und weiß dass es gut ist. Weil ich mit meinem Kollegen darüber gesprochen habe. Und dann kläre ich für die Couch kläre ich das ab wenn sie sich meldet. Wie das da ist. Und wo das ist. Und ob sich das lohnt. Und dann entscheide ich. Das Ding ist Couch kann halt richtig geil sein. Also viel besser als ein Hotel ist es ja auch meistens. Aber jetzt hatte ich eine Couch die da entfand ich jetzt. Ich glaube deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen das Hotel auf die selbe Ebene gerückt. Zumindest hier. Äh. Also ich wollte sich entscheiden wenn sie sich zurück meldet. Also das war auch nur eine Couch jetzt die Kacke war. Also Kacke war sie nicht. Aber nichts Besonderes hätte ich genauso gut Hotel haben können. Ähm. Und dann entscheide ich wenn ich so ein bisschen was davon höre. Ich bin ja auch einen Tag früher rein verrückt als ich eigentlich ankommen wollte. Ähm. Deswegen mal schauen ob es überhaupt klappt. Ähm. Es ist auf jeden Fall gut dass ich die Couch jetzt auch nehmen könnte. Ähm. Und dann entscheide ich gleich wenn sich da etwas zurück meldet. Ich habe noch circa 30 Kilometer bis zu dem Hotel. Das heißt 20 bis nach Ultau. Ähm. Das fahre ich jetzt runter. Und. Und. Ja dann schauen wir mal. Also eigentlich ist das Hotel ja so. So. Und das ist aber auch nur so wenn man das so für eine Nacht macht. Wenn ich da jetzt wie ich geplant hätte vielleicht so drei Nächte oder so bleibe. Oder vier fünf. Dann kann man sich ja auch in der Stadt umschauen. Da kann man ja auch irgendwo hingehen. Mal chillen. Äh. In Bars oder so. Leute kennenlernen. Geht mit der Couch sicherlich auch. Ja. Ich fahre wie nur die Einfahrt. Und das muss ich gleich abklären. Ja. Das ist der Plan. Und jetzt wird gefahren. Ab was. So. Soweit ich das jetzt einschätzen kann. Sieht es so aus. Hallo. Du willst mir doch nicht hinterherlaufen oder? Nee. Äh. Die Couch hat ja zugesagt. Aber ich hatte ja die Couch für morgen und übermorgen angefragt. Geht nicht. Also beziehungsweise heute geht nicht. Ich habe ja für morgen angefragt. Morgen hätte es auch geklappt. Aber heute nicht. Ich bin ja früher als ich dachte. Und als sie dachte auch. Ähm. Sie könnte was morgen einrichten. Aber da habe ich gesagt. Wenn ich jetzt ein Hotel nehme. Dann ist das billiger je mehr Tage ich mache. Das heißt. Wenn ich jetzt eine Woche oder fünf Tage in diesem Hotel bleibe. Zahle ich weniger. Als wenn ich für jeden Tag einzeln zahlen würde. So mäßig. Das heißt. Wenn ich jetzt ein Hotel nehme. Dann nehme ich das auch für nicht nur einen Tag. Um dann morgen zu der Couch zu gehen. Das heißt. Die Couch hat sich für das erste erledigt. Ähm. Ja. Genau. Und jetzt fahren wir zum Hotel. Und gucken mal ob wir was kriegen. Let's go. Mit dem? Well, well, well. What do we have here? Oh was ist hier so? Oh denn. Na ja. We are in a hotel. Original wollte ich nach da. Gefragt. Das war das was Carsten mir empfohlen hat. Gefragt. Voll. wurde ich auf die andere seite gelost scheint sogar zum selben preis oder sogar noch billiger zu sein ich zahle jetzt 300.000 pro tag zum glück keine euro sondern dong das bedeutet da 1.000 dong ca 4 cent sind es 12 euro und das sieht jetzt so aus ich zahle pro tag so lange ich nicht zwei wochen bleibe dann würde es einen aufpreis geben von wegen ja wer bleibt lange zahlst du weniger aber wenn man zwei wochen bleibt dann zahlt man für strom der ist wohl sehr teuer hier und ich zahle jetzt pro tag 300.000 das bedeutet wenn ich vielleicht bleibe ich vier tage vier oder fünf tage ich weiß es noch nicht ich kann das jetzt alles noch gar nicht einschätzen ich werde mir heute abend und morgen mal ein bild machen mal ein bisschen herumlatschen ein bisschen gucken dann entscheide ich weiß nicht wie lange ich bleibe ich kann jeden tag dann zahlen wenn ich runter gehe ich muss gleich dann noch ein bisschen cash holen weil ich nichts mehr habe ich habe uns so komischen ausschlag hier teilweise das ist ganz komisch weiß nicht wo das herkommt vielleicht von feuchtigkeit na gut meine arme sehen auch nicht wirklich geil aus hier das habe ich ja noch nicht gesehen ja ich muss vielleicht mal duschen wir kommen ja von dem couchsurfing host der an sich ja eigentlich ganz nett war nur die nacht irgendwie war komisch jetzt mit dem vater habe ich ja erzählt vielleicht ist es auch gar nicht schlecht dann jetzt ein hotel zu haben ich hätte das couchsurfing sogar noch machen können weil sie mir nämlich angeboten hat eine freundin zu kontaktieren die mich dann einen tag unterbringt und dass ich danach zu ihr kann die entscheidung ist mir recht schwer gefallen das dann noch abzulehnen bzw habe ich noch nicht gemacht ich muss ja noch schreiben aber das dann noch abzulehnen weil letztendlich ist das noch mal besser als so ein hotel einfach weil man also weil man dann die leute da hat und weil das gratis ist aber was ich auch gelesen habe ist dass sie in so einem tempel ist oder bei so einem tempel bedeutet irgendwie da ist so ein tor und es gibt irgendwie 250 stufen bis zu dem haus und ich müsste das fahrrad die ganze zeit da unten lassen also es ist hier habe ich das fahrrad jetzt hier drin das finde ich schon mal deutlich beruhigender als das irgendwo anders weg von mir zu haben und das tor zum tempel würde um 8 uhr schließen das heißt man könne nur abends um 8 uhr zurückkommen ist denke ich okay wenn man jetzt hier kurz nur ein oder zwei tage bleibt ich weiß jetzt auch nicht wie lange ich hier bleibe oder wie viel bock ich habe hier zu bleiben aber ich würde auch dann mal gerne einfach länger abends draußen sein wenn ich bock darauf habe und irgendwas finde ich habe schon von jemandem der auch in der rezeption saß der kam wohl aus neuseeland australien war da ganz viel irgendwie so hat auf jeden fall englisch gesprochen es war so schön mal mit einem mit einem native speaker englisch zu sprechen alter mit einem der das wirklich kann und versteht und also wenn vietnamesen englisch sprechen ist es auch kein ding wenn sie gut englisch sprechen zum beispiel min in hochem in stadt die hat super englisch gesprochen keine frage aber wenn die dann so diesen akzent da noch ziemlich rein haben dann verstehst du das teilweise nicht und das ist auch wenn sie dann zu sehen englisch sprechen das ist auch anstrengend und ich weiß nicht irgendwie hat sich gut ein gefühl einfach mit so einem native speaker zu sprechen und der meinte es gibt hier nette bars um die ecke wo auch ausländer also australier engländer deutsche franzosen alle sind das werde ich mal ausdrücken vielleicht findet sich eine kleine gruppe oder einfach ein paar leute mit denen man mal was machen kann das wäre gar nicht schlecht ja so sieht es aus ich weiß selber nicht was ich davon halten soll das ist das erste richtige hotel der tour nach 150 tagen ist es crazy weil bis jetzt habe ich ja so ein kleines motel gehabt und so ein housing diese haus 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 homestays beim tempel und das ist jetzt richtiges hotel wir machen mal kleine room tour wie gesagt ich sage noch mal 12 euro pro nacht für alles waschbecken mit spiegel peace dusche ich habe gerade gedacht da krabbelt wasser das ist glaube ich nur schwarz also luxus darf man jetzt nicht erwarten bitte aber solange mir nichts keucht und fleucht ist es schon mal besser wenn ich mich hier mal umgucke wale zimmer ist ja meistens so eine sache klo solide ein großes bett da freue ich mich sehr drauf ein balkon waller alter papers was ist denn was ist denn papers ist das scheiß aus papier dann ist hier auch ein hair dryer drin ich sehe schon gut da ist ein berg und dahinter ist sozusagen das meer beziehungsweise da ist auch das meer da geht es richtung zentrum das ist der balkon so hier kann man denke ich nicht schön im fernseher der schön verschmiert ist aber ich werde kein fernsehen gucken wenn dann gucke ich auf dem laptop irgendwas eine couch da steht mein fahrrad jetzt vor da bleibt es auch erst mal stehen ach guck mal es gehört da eigentlich nicht so raus muss da wieder rein das sagt cool aus dass es da so gehangen hat ähm ventilator richtig ventilator klimaanlage uhr die stehen geblieben ist küche kleine küche herz das machen wir mal an probieren wir mal ah funktioniert mehr spaß ich jetzt proben wie kommt man denn an das gas das vielleicht ist ja gar nicht eingesteckt na doch sieht aber nicht so aus als müsste man irgendwas einstecken oder na das geht hier unten rein vielleicht ah ah das müsste eigentlich in den gaskanester gehen ah gut dann macht es ja sinn dass hier kein gas rauskommt hier sind anscheinend schüsseln und da ist drin uh hoho davon nehme ich safe zwei stück mit davon nehme ich safe welche mit ich wollte mir welche kaufen aber die haben die nur in 10er packs das ist ja gut aber das mache ich natürlich nicht mikrowelle anscheinend waschmaschine habe ich gesehen das ist cool kühlschrank glaube ich noch nicht angeschlossen ist ne sollte ich vielleicht mal machen äh ist das das hier ja und das aha ok das heißt weiß ich wollen was einkaufen was ist hier oben drin weiß ich nicht eine fritteuse das ist ja das ist so das was man nicht benutzen sollte wenn man sich keinen durchfall angeln will aber hier gibt es eh ja überall essen zum holen echt einfach ja das ist es ich habe noch nicht ganz herausgefunden wie man die Tür abschließt aber das ist das Hotelzimmer für 300.000 also 12 Euro finde ich es echt solide und dann wird hier mal ein bisschen runter gekommen und was ich ja auch weiß ist dass ich wenn ich oder bis jetzt zumindest so hatte dass wenn ich länger an einem Ort bleibe und nicht mit dem Fahrrad fahre dass ich wieder Bock kriege weiter zu fahren ähm und wieder so Strecke so machen will und da ich dann in letzter Zeit ein bisschen so down hatte habe ich mir gedacht ist vielleicht gar nicht schlecht und ich glaube so wie ich das verstanden habe zahlen auch meine Eltern die 12 Euro pro Nacht wäre nicht nötig gewesen aber ich nehme es natürlich gerne an ähm ja so ist das cool alles klar und ja eine ich mache mich mal fertig Dusche wahrscheinlich jetzt einmal ich habe heute 160 Kilometer abgefahren völlig crazy neuer Rekord auch äh ja und dann gehen wir gleich mal nach draussen würde ich sagen ciao Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.